Hey Leute, ich bin André und willkommen zurück zu einem, oder willkommen zu einem neuen Terrarium Let's Play. Wir sind zu viert Max, Joy und Costa. Ihr kennt ihn auch unter Shadow Commentary. Und wir haben nicht nur irgendein, oder so, wir haben nicht nur irgendein Expert Mode 4 Multiplayer Let's Play am Laufen, sondern auch jeder hat eine bestimmte Klasse. Ich dachte mir, weil ich das noch nie gemacht habe und seit 1,4 Jahren das ein bisschen gebufft wurde, spiele ich mal das Spiel als Summoner. Max, was hast du denn vor? Äh, ich bin mehr so der Typ, der gerne direkt reinrät und deswegen habe ich mir gedacht, dass mir der 1 ganz gut zu mir passen sollte. Goldhase, Goldhase, da ist ein Goldhase. Oh, wir haben noch kein Netz. Joy, was hast du denn? Äh, ich habe den Ranger gewählt aufgrund von Bogenschusskünsten. Schuss, Schusskünsten. Das geht aber auch, äh, Schusswaffen, ne? Oh, ich habe hier ein ganz komisches Item. Welches? Ähm, Alkalyptus-Sap, also wahrscheinlich Alkalyptus-Sap. Ah, okay. Oh, ja. Das ist, das ist. Ne, warte mal. Achso, und? Steht Alkalyptus? Ja, das ist ein Tier. Das ist fett. Oh mein Gott, das ist süß. Was, Psych? Du hast ein Pad schon bekommen? Guck mal, äh, geh mal in das Inventar wieder und drück mal auf, dass euer Kalyptus, äh, rechts klick. Oh mein Gott. Herzlichen Glückwunsch. Du bist die Erste mit einem Pad. Oh mein Gott, das ist süß. Das ging ja schnell. Ich bin der Letzte und ich spiele Magia. Normalerweise spiele ich ja immer Ranged und Max, nimm ne Axt und baue so viele Kakteen ab wie möglich. Ich spiele auch immer gerne Ranged, aber ich dachte erstens, das Doppel zu haben ist immer noch blöd, äh, ist immer blöd und zweitens, wie gesagt, Sammler. Warte, ich hab Bomben. Ich hab Bomben. Jeet. Bitte schön. Ähm, das ist ja nicht so gut gelaufen. Äh, äh, also wenn ihr haufenweise an Löcher in der Wüste findet, sorry. Oha. Ich bin tot. Ja, toll gemacht. Nimm den Kürbis bitte mit. Nimm diesen einen Kürbis bitte mit. Sehr gut. Äh, verdammt. Ja, Kürbis macht sehr viel Sinn. Dieses Let's Play wird, ich schätze mal, eine Folge pro Woche rauskommen. Jede Folge, rate ich mal, geht so gegen 30 Minuten lang. Und, ja, ich weiß natürlich nicht, wie die Folgen rauskommen werden, da nicht jeder von uns ja den gleichen Zeitplan hat. Und hier hast du ein bisschen Holz, um... Yes. Ja. Ja, also, ein bisschen Holz reicht mir nicht. Ich brauche noch Stein, 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 Stein und Stein. Also, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das von unserem Zeitplan her wird. Aua. Da hast du... Okay, links haben wir eine Wüste, rechts haben wir Wüste und direkt Corruption. Perfekt. Also, haben wir... Ich hab schon unser erstes Blei gefunden. Unser erstes was? Blei? Sehr gut. Blei. Sehr schön. Wieso hast du die mitgenommen? Was? Was mitgenommen? Sie hat einfach eine, äh... Ein... Oh Gott! Oh! Echt jetzt? Wie heißt die Nummer auf Deutsch? Max, wie hast du das... Geier. Oh. Geier. Einfach eine Geier mitgenommen. Joy, come on. Ja. Pass auf. Ich weiß, du wirst ein bisschen neuer in dem Spiel, aber du willst uns nicht töten, oder? Ich bin gestorben, also... Äh, ich hatte... Achso, hier hast du Roll. Was ist das für eine riesige... Eier, da. Keine Ahnung, aber mir gefällt's. Mir auch. Das ist der beste Seed. Was hast du für ein Seed? Äh... A, K, M... Das Und-Zeichen... Mach mal jemanden Lagerfeuer ins Haus. Aha. Ja, der Seed ist ein... Nein, das ist der Name. Der Seed, den hab ich... Davon hab ich keine Ahnung. Ah, das ist zufällig, okay. Ja, ich kann den später aber mal gerne noch zeigen. Damit ihr zu Hause auch vielleicht diese gute Welt bekommen könnt. Also bis jetzt... Ich glaub, das laggt. Ich bekomm grad keinen Stein. Äh, ja, okay. Bei mir baust... Jetzt ist es konnte aber richtig spät. Bei mir baust du auch nicht gerade richtig ab. Ich bin gerade baue ich nicht mehr ab. Ah, okay, ja. Hä? Du konntest es später an. Ja. Ich hab grad Ropes gehabt, Nika. Ja, ich weiß. Ähm, wer möchte Kaktusrüstung? Ja, es gibt Kaktusrüstung, Kürbisrüstung, Holzrüstung. Ich würd sagen, alle. Ich würd sagen, alle tatsächlich am Anfang. Also ich hab noch neun Kaktus. Wieso? Warum? Lagerfeuer mitten ins Haus. Also wohnst du jetzt tatsächlich krank? Ja. Ja. Ich mach euch alle mal ein besseres Schwert, obwohl Spitzhacke viel wichtiger ist. Ich hab ein Holzschwert. Also. Äh, André, kannst du mir all deinen... Das hier bekommst du? Let's geben. Das hier bekommst du. Kannst du mir das Let's geben, bitte? Oh, sorry. Erstmal zusammenboxen. Max, wo bist du? Ich hab was für dich. Ne, äh, Kaktusspitzhacke. Vielleicht kommt ihr auch alle mal Team Grün, ja? Ich bin, äh, gerade in, ähm, ne Höhle gelaufen, weiter links hinter der Wüste. Oh, echt jetzt? Sick. Also es ist so ein kleines... Es ist nicht wirklich ne Höhle, also... Ich glaube, ich hab sie schon so gut wie komplett erkundet. Ja, hab ich. Da war nicht mal ne Kiste drin. Nice. Och. Ich komm trotzdem mal in deine Nähe, da du... Ich hab auch nen Recall Potion, ich kann auch zurückkommen. Ne, 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 ich bin gerade auf dem Weg zu dir. Dann können wir zusammen weiter laufen. Okay. Bitteschön. Ah, thanks. Wir haben rechts auch ne Wüste, oder? Ja. Oder hatten wir nur rechts die Wüste? Nein, äh, rechts und links ist ne Wüste und rechts ist direkt das Corruption. Komm. Das geht... Oder... Oh, Dschungel. Sehr schön. Links ist direkt ein Dschungel. Das heißt, rechts ist Skeletron. Rechts ist Skeletron, Leute. Den kenn ich sogar noch. Wow. Denn Link... Also, vom Spawn aus, wenn auf der linken Seite der Dschungel ist, der Dschungel und das Eisbiom oder das Schneebiom können nicht auf der gleichen Seite sein. Und Skeletron ist immer auf der gleichen Seite wie von... Oh, das hab ich nicht gesehen zuerst. Skeletron ist immer auf der gleichen Seite wie... Okay. Äh, Lisa, komm bitte noch in Team Grün. Mist. Oh ja, warte. Nein, warum sind da so viele von hier? Ich bin gleich so tot. Habt ihr schon Kisten gefunden? Ja, ich hab eine gefunden. Das wollte ich dir gerade sagen. Kosta, ich habe schöne Items für dich. Oh, danke für das Schwert. Ähm, Moment. Ich hab hier was für dich. Eins davon kannst du haben. Das kannst du haben. Und das kannst du haben. Hiervon kannst du auch einen haben. So, komm mal her. Hier. Das kannst du haben. Damit kommst du immer an deinem Spawnpunkt zurück, wenn du ihn benutzt. Ohne Tränke zu benutzen. Ähm. Bitte, seid ordentlich in den Kisten. Danke. Gehört zu... Ja, das mag ich auch nicht. Gehört zu Melee auch Throwing-Waffen? Nein, Throwing gehört zu Range. Oh. Das wurde jetzt zusammengeschlossen. So, ich hab hier was für dich. Klasse, wurde hier eine 1.4 aufgehoben und du bist jetzt nur noch Range. Das sind relativ starke Waffen. Bitteschön. Hui. Darf ich mich um die Tränke kümmern? Mhm. Sehr gut. Du bist unser Magier. Nice. Okay. Da geht unser erster Tag in Terraria schon vorbei. Aber noch nicht der Part. Nö, ich geh jetzt einfach. Tschüss. Ja. Oh. Oh, sehr gut. Vielen Dank. So. Jetzt hab ich aber nicht genügend Wett für ein Viertes. Ja, ich geh in die Höhle. Also, wenn wer mitkommen möchte... Dachs, du musst auch noch den Grünen kommen. Ich komm mit. Ihr seid gerne willkommen. Oh, vielen Dank. Das geht's. Guck nur mal, was rechts ist. Mein Chinchilla möchte mit. Ich weiß nicht, was das ist, aber... Äh, ich hab auch keine Ahnung, was das ist. Aber es interessiert mich. Das ist was wie so ein Dachs. Süß aus. Ähm, gib mir einen Moment. Ich habe gerade gemerkt, ich spiele auf der saulauten Tastatur und in der Aufnahme hört man die relativ gut. Deswegen wechsle ich mal eben auf meine andere, die ich noch angeschlossen habe. Erstmal flexen mit zwei Tastaturen gleichzeitig am PC. Also, ich hab hier drei rumliegen, ne? Ja, ich hab neben mir auch noch... Ich hab nicht mehr den Platz dazu. Ich hab neben mir auch noch vier Tastaturen in einer kleinen Kiste rumliegen. Ich bin mal irgendwann kurz weg. Okay. Ich hab neben mir... Oh. Oh, nein. Und der erste Tote, ja. Yay. Ich hab Zink gefunden. Ja, ich bin der erste Tote, endlich. Ich bin schon zweimal gestorben oder so. Echt? Das stimmt, ja. Aber ich kann nicht gemerkt. Oder dreimal. Ich bin auch gestorben, wegen den Wurzern, wegen einer Dschungelfedermaus. Stimmt, hab ich mich vollkommen verdrängt. Tut mir leid. Aber wer das Erste war, da muss ich die Aufnahmen nochmal neu gucken. Wenn ich nicht vergesse, das einzublenden... Äh, Leute, hier ist ein Geist. Hier ist ein Geist. Ja, weil gerade... Wo sind die... Ja, ein Geist, weil gerade mein Grab schon abgebaut wurde. Oh. Kommt immer dann einer. Autsch. Oh Gott, nein. Nachts kommt immer einer. Oh oh. Äh, wir bleiben dann doch lieber mal im Haus. Ja, ich habe nur noch zwei HP. Und Joy wird gerade durchgehend von einem Zombie angegriffen, aber der macht nichts. Irgendwas laggt da schon wieder. Sehr krass. Ja, es laggt generell hier. Ich merke gerade gar nichts. Ey, kommt rein, kommt schnell rein, kommt schnell rein. So ist gut. Achso. Du weißt, dass es nicht Blutmund ist und dass das unnötig ist. Aber können die nicht... Können die nicht generell im Expert-Mod anbrechen? Blülenblutmund. Achso, ähm... Da du ja unser Mr. Crafting bist. Das weiß ich gar nicht. Guck mal. Bitteschön. Oh, Eisen. Das ist kein Eisen. Nee, Sinn. Das ist Sinn. Nee, sah so aus wie du Eisen. Okay, also ich bin für die Rüstung zuständig. Okay. Du bist für die Rüstung zuständig. Ich bin für die Rüstung zuständig. Also ich bin für die ganzen Ärzte zuständig. Sagen wir es mal so. Und fürs Bauen. Ich bin für die Tränke zuständig. Also, ja, ich freue mich schon drauf. Hast du schon ein... Ja, hast du. Ich crafte mir mal... Nee, habe ich nicht. Ich crafte mir mal direkt schon ein paar Gläser. Oder Flaschen. Haben wir in der Nähe eine Wasserquelle? Nee. Wie viel Blei hast du? Nee, direkt höchste. Sag mal, wie viel Blei hast du? Bache? Ja, auch. Warte, Geister, komm. Ich habe noch ein Zehnten Ohr. Nice. Hier, du bist der Ärzte, Mann. Äh, ja. Das meinst du nicht ernst. Ärzte. Oh, ich muss Sternschnuppen suchen. Zwei Letz haben wir noch. Zwei reicht nicht für ein Eimer, oder? Nein, drei. Ach, Mist, weil sonst hätte ich eine unendliche Wasserquelle gebaut. Oder halt. So weit wie unendlich. Genau. Oh, ich habe noch ein Recall Potion. Total Recall Potion. Hatte ich den Klassiker? Nein, nein, da kommt wieder ein Zombie. Aber er kommt zurück. Ja. Ha, ich habe den Zombie verarscht. Er ist an mir vorbeigelaufen. Unsere World Gen ist echt komisch. Ist ja auch. Aber ich bin tot. Ja, warum bist du auch zu den Mietershaus gegangen? Ich wollte, ich habe sehr viele Kakteen kaputt gemacht. Wie viele hast du jetzt? Äh, 47. Aber ich habe zwei Sternschnuppen. Das ist wichtig für mich. Für mich auch. Willst du mir nicht vielleicht die Kakteen alle geben, damit ich mir eine volle Rüstung machen kann? Damit kannst du dir keine volle Rüstung machen. Ja, also wenn er mir jetzt seinen ganzen Kack, seine ganzen Kakteen gibt, habe ich genug für eine volle Rüstung. Äh, Max, hier. Hier, lieber Magier. Okay, dann crafte ich mir den Body schnell. Mein lieber Magier, bleiben Sie stehen. Das heißt, der Sternstopper. Ja, komm doch mal zu mir. Oh, sehr gut. Mein Gott. So, ergibst du mir das bitte? Ist ja nicht so, dass ich das 70 mal sage. Linksklick und dann Rechtsklick außerhalb des Inventars. Vielen Dank. Seit wann braucht man wieder 5? Äh, seit 1. Wir haben wieder 5 hoch gemacht. Das pieselt mich ja sehr an. Ich klau mir mal den Sand. Nein, das ist gut so, weil das war vorher schon ein bisschen okay. Das war wirklich okay, wenn man überall welche bekommen hat. Ah, übrigens, sie sollten die Sternkanone dann für Heizubauen. Das stimmt. Das stimmt. Also, ich habe jetzt genau 100 Flaschen. Sehr schön. Hi. Was? Sexy, richtig sexy. Bekriegen wir Glück und ich kriege den Slime-Step. Ich bin Kaktus, Mann. Äh, äh, Max, hier, wichtig. Max, schnell. Max, hol dir, nimm. Das macht extra Melee-Schaden. Hm. Warte, ich equips. Also, Leute, wenn ihr mehr von diesem 4-Player-Expert-Mode-Let's-Play sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und drückt die Glocke. Ich meine, ihr könnt eure Meinung dazu ja immer noch ändern. So ist es nicht. Aber, wenn ihr nichts mehr von diesem komischen Spaß verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Das ist so bescheuert. Und der droppt übrigens, äh, die Waffe Zombie-Arm. Also, Zombies mit einem Arm draußen. Kann, ja, kann ja. Die Chancen sind im Express verdoppelt. Echt jetzt? Als im Normal-Modus. Oder war es nicht so? Ich meine, es wird so hohe Chancen wie im Normal-Modus. Das wusste ich gar nicht. Das Ding, was hinter mir herläuft, heißt Sugar-Gleider. Ah, okay. Also, ich meine schon. Also, ich meine zum Beispiel, dass der Slime-Stuff statt 1 zu 10.000 nur 1 zu 5.000 Chancen heißt. Das ist kein richtiger Grabstein, deswegen muss ich in Japan. So, ich habe gerade deinen Grabstein hier kaputt gemacht. Ja, alles gut. Ich wurde gerade abgedenkt. Von außerhalb. Beasst schon. Oh Gott. Pass auf die Augen auf. Ich baue hier mal ein bisschen in der Mine weiter runter, damit ihr es immer wisst. Ihr sterbt echt viel. Ach, echt? Hätte ich nicht gedacht. Also, ich glaube, ich bin im Untergrund Wüstenbiom. Ja, das klingt danach... Also, unser Sprung ist echt ein bisschen mies, muss ich sagen. Ein bisschen, aber die Welt können wir jetzt nicht mehr ändern. Ne, ne, es ist ja nicht schlimm. Ich meine, das ist ja auch die Challenge dabei. Wir hätten den Seed verwenden müssen für noch schwer. Nein. Ich habe ein Video davon gemacht. Schaut es euch an. Da kommt der Kaktusmann und beschützt uns beide. Right. Ich baue die ganze Zeit nur Grabsteine ab. Ach, echt? Wieso bist du... Ich habe was da gefunden. Diese bekannten Internetprobleme, das könnte auch noch passieren. Costa, komm mal hier runter. Du kannst dich runterfallen lassen, keine Sorge. Ach ja, ich liebe es so sehr. Komm mal hier runter. Hi. Fall einfach runter. Hi, I'm back, bitches. Back in black. Oh, 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 oh. Nice, noch einen vollen Star. Vor, seversen. Piranha, Piranha, ah, ah, oh, oh, Piranha. Piranha, nein, Piranha, nein, Piranha. Oh, das ist ja krass. Oh, boy. Du... Yay, Sternschnuppe. Leuchtet so schön. Hallo, ich hab so drei, Herr P. Übrigens, merkt ihr, wenn du Sternschnuppen am Tag rauswirfst, dann verschwinden sie. Besser, besser immer in die Kisten reinwerf. Immer in die Kisten. Bitte alle Sternschnuppen in die Kisten. So, ich, ich, ich stelle mich erst mal in die Misslager vor ihm zu heilen. Sehr gut. Ich geh mal weiter. Also, die jetzige Situation ist... Kannst du eigentlich noch fast einen machen, glaub ich. Joy, du hast 120 Leben, ich habe noch mehr Mana, also 40 Mana. Das ist, glaub ich, wie es jetzt grad so ist, ne? Äh, unser Nachkämpfer sollte vielleicht zuerst mehr Leben haben, oder nicht? Ja, ich hab in der vorherigen Welt ihr den ersten überlassen. Ja, stimmt. Den ersten Lebenskristall. Weil es ist ja kein Problem mit der Aufnahme gehabt. Nein, es gab kein Problem mit der Aufnahme. Alles war easy. Alles war gut, wie immer. Zum Wies können Pfeile droppen. Ja, aber nur die, die zum Wies, die auch Pfeile, äh, die Pfeile haben, wollte ich schon sagen. Ich hab Obsidian gefunden. Perfekt, bau ab. Kann ich nicht, ich hab keine starke Spitzsacke genug. Da brauchst du, ich glaub du brauchst Gold, ne? Äh, ja, nein, Demon Knight. Nein, 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 Obsidian kannst du schon Feuer bauen, das weiß ich. Ey, was glaubst du denn mit meinem Herz? Ich hab hier weniger Leben dazu. Weißt du, da verkloppt man mühevoll einen Slime und dann kommt irgendeiner umhergesprungen und klaut einem alles. Bruh. Das sah schön aus, übrigens. Absolut, ich wurde von dem die ganze Zeit geboxt. Box. Zurück, vor und zurück. Box, box. Box, box. Xbox. Gibt's noch irgendwo Kakteen, die man abschreiben kann? Äh, ja, ich hab gerade Kakteen abgebaut. Äh, ja, Kakteen spawnen immer wieder mal in der Wüste. Also, einfach mal 10. Ich hab nämlich noch 9 im Inventar. Oh, sehr gut. Ich habe jetzt 42. Aua, wo kommst du denn her, du Geier? Aus der Wüste. Ja, wir haben ja... Wir haben Wüste um uns herum. Wir haben legit nur Wüste um uns herum. Und Corruption. Also, die schlimmen... Und hinter der Wüste ist noch ein... Dschungel. Honey, help. Immer diese Sandbälle. Das sind die Anzeigen. Ich komm hier total klar. Oh, was total nervig ist. Oh Gott, es sind zwei. Ich sprore gerade ein Wüst. Im Damage. Was, du spawnst gerade im Damage? Ja. Im Damage. Shit. Warum wohl? Ey, wir haben so viel... Schaut euch das mal auf der Karte an. Dort, wo ich gestorben bin. Da ist... Überall... Oh Gott, das wird ja noch super. Ich kann Freude. Craften oder finden. Leute, die Hälfte der Welt ist schon fast Sand. Also, wenn unsere ganze Welt voller Sand ist, das ist ja... Interessanter Seed. Das wäre echt böse. Das wäre böse, aber wir müssen damit leben. Wir müssen damit leben. Wir haben ein interessanter Seed, ja. Oh, da ist eine Truhe. Kosta, du bist doch so blöd, du hast die Truhe im Wasser übersehen. Ja, ich bin blöd. Ja, klar. Wenn ich vor Panik weglaufe, soll ich für 3 HP noch überleben, weil ich die Rande drin war. Ja, ich bin ausgeteilt. Mann, bin ich blöd. Entschuldigung. Hier ist ein Boomerang für dich und LED. Oh, perfekt. Boomerang, Truhe und das. Gib mir mal die Truhe wieder, ich brauche die für meine... Dankeschön. Warum ist dann... Joy, ich habe was für dich. Ich komme hier nicht raus. Boah, mittlerweile kann ich richtig schnell klicken. Gleichfalls. Ich habe gerade mit dem Winter richtig schnell totiert. Oh, ich habe Sprung aufgefangen. Oh mein Gott, mach ich viel Schaden. So, wer hat noch kein Bleischwert? Ich habe Kaktusschwert. Heavy Kaktusschwert, das macht... Ähm, macht es besser. Was suchst du da, André? Ich mache etwas. Ja, und was? Ich baue hier... Ach, du bist da unten. Ja, das ist das Underground Sand Biome. Ich baue hier mir ein kleines Örtchen hin für Tränke. Ah, okay. Ich grabe mich hier gerade in die kleinen Höhe. Ich bin eigentlich das unverantwortlich und du weißt, wie böse das ist, wenn du es nicht respektierst. Ich kann nicht entsprechen. Willst du das dann für mich machen? Noch nicht. Siehst du? Später, irgendwann mal, würde ich sie ausbauen. Keine Sorge. Hast du Zeit? Immer noch drei Sterne. Dann kann ich sofort Enchanted Boom Blowing machen. Ähm, ich habe einen. Joy hat, glaube ich, auch noch einen. Was? Du hast doch noch einen Stern, oder? Äh, nee, den habe ich, glaube ich, Max zugeworfen, weil ich den außer dir zugeworfen habe. Achso. Nee, ich habe ihn nicht. Wo ist er denn hin? Dann ist er wahrscheinlich gerade verpufft. Oder ich habe ihn aufgesammelt. Und du meinst, das ist an der Stern, den du hattest? Äh, gute Frage. Ich habe hier 10 gefunden. Ah, nee, nur einen Stern. Okay, ich habe Enchanted Boom Rang. Glückwunsch. Du bist der erste. Und somit die stärkste Waffe von uns. Oh, danke schön für den Spelanka-Potion. Hat sie, glaube ich, bekommen von einem Slime. Ja, habe ich gerade aus dem Slime bekommen. Den werden wir sehr gut brauchen. Und ich würde sagen, das hier ist, glaube ich, das perfekte Ende für die erste Folge von unserem Vierer Expert Mode Let's Play. Danke euch, dass ihr bei dem Projekt übrigens noch mitmachen wollt. Und alle Channels von euch werde ich natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Und dann, wenn ihr mehr sehen wollt, bleibt gespannt. Es wird auf jeden Fall mehr kommen. Bis dann und ciao, Leute. Ciao, ciao.